Hallo und herzlich willkommen zum Video griechische Buchstaben. In diesem Video lernt ihr erste griechische Buchstaben kennen, ihr lernt wie ihr sie zeichnet und wie wir Vierecke, Dreiecke und Winkel damit beschriften. Doch bevor wir anfangen über griechische Buchstaben zu lernen, ein kurzer historischer Hintergrund. Warum verwenden wir denn überhaupt noch griechische Buchstaben? Die Geometrie war damals in der Antike im alten Griechenland das Hauptthema der Mathematik. Und gewisse Züge haben sich bis heute durchgesetzt. Beispielsweise verwenden wir immer noch, wenn wir mit Winkeln arbeiten, griechische Buchstaben, um diese zu beschriften. Doch kommen wir nun zum Hauptteil. Was sind denn griechische Buchstaben, wie sehen sie aus und wie können wir sie zeichnen? Griechische Buchstaben haben wie auch unsere arabischen Buchstaben ein Alphabet. Der erste griechische Buchstabe ist beispielsweise das Alpha und der entspricht unserem A. Der zweite Buchstabe ist das Beta, das entspricht unserem B. Danach haben wir das Gamma, das ist unser C, und das Delta, das ist unser D. Als nächstes werden wir uns anschauen, wie wir diese Buchstaben zeichnen können. Um ein Alpha zu zeichnen, können wir uns beispielsweise vorstellen, wir zeichnen einen Fisch, dieser klassische Fisch, nur dass wir dieses letzte Stück, diese Schwanzflosse, weglassen. Und damit haben wir dann unser Alpha. Das heißt, wir machen einfach eine Art Fisch und lassen diese Schwanzflosse hinten weg. Das Beta bekommen wir, indem wir ein scharfes S zeichnen, nur mit ein bisschen einem verlängerten Ansatz. Wir sehen hier unten, steht uns ein Stück ein bisschen darüber hinaus. Das heißt, unser Beta ist im Prinzip ein scharfes S, nur dass wir unten noch ein Stück wegstehen haben. Unser Gamma sieht sehr ähnlich aus wie unser Alpha, nur dass es aufgestellt ist und dass es vorne eine Spitze und hinten eine kleine Schlaufe hat. Wir sagen also, wir machen vorne eine Spitze, hier kommt eine Schlaufe und schon haben wir unser Gamma. Also vorne eine Spitze, dann wird unser Fischchen und eine Schlaufe. Und für unser Delta zeichnen wir im Prinzip ein geschwungenes D, das wir in einen einzigen Schritt durchmachen. Das heißt, wir zeichnen einen Kreis und haben dann hier so ein geschwungenes Ende. Das heißt, es sieht im Prinzip aus wie ein D. Wir haben hier dieses Beuchlein fürs D, nur dass wir oben statt einer geraden Linie so eine geschwungene haben. Das heißt, noch einmal zum Anschauen, wir machen einen Kreis und haben da oben eine geschwungene Linie. Um das also noch einmal kurz durchzugehen, unser Alpha sieht aus wie ein Fisch, nur dass uns diese Schwanzflosse fehlt. Unser Beta ist ein scharfer SS, nur mit einem verlängerten Ansatz. Unser Gamma ist wie ein stehendes Alpha, nur dass wir am Anfang eine Spitze, einen Ansatz haben und zum Schluss noch eine Schlaufe. Und unser Delta ist einfach ein geschwungenes D mit einem runden Ende, mit einem geschwungenen Ende. Die vier Buchstaben, die wir gerade durchgegangen sind, sind nicht alle Buchstaben des griechischen Alphabets. Ihr werdet im Laufe eurer Schulzeit noch viele, viele mehr kennenlernen. Allerdings reichen uns diese vier Buchstaben, Alpha, Beta, Gamma und Delta, anfangs mal aus, um zum Beispiel Vierecke, Winkel oder Dreiecke beschriften zu können. Wenn das also unser Winkel ist, dann haben wir hier unseren Scheitelpunkt S, unsere Schenkel A und B und in der Mitte von diesen zwei Schenkeln, die zwei Schenkel spannen uns unser Winkelfeld mit unserem Winkel Alpha auf. Wenn wir nun so unser Dreieck beschriften wollen, dann fangen wir an, unsere Eckpunkte einzutragen. Die benennen wir ganz klassisch A, B und C. Und jetzt kommt zu unserem Eckpunkt A der Winkel Alpha, zu unserem Eckpunkt B der Winkel Beta und zu unserem Eckpunkt C kommt unser Gamma. Zu guter Letzt betrachten wir noch ein Viereck. In unserem Viereck beschriften wir ebenfalls zuerst unsere Eckpunkte A, B, C und D. Und dann weisen wir die Winkel zu. Hier hätten wir den Winkel Alpha. Hier hätten wir unseren Winkel Beta. Hier hätten wir unseren Winkel Gamma. Und zu guter Letzt haben wir hier unser Delta. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem kurzen Video helfen und freue mich schon, euch beim nächsten Video wiederzusehen. Ich hoffe, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wiederzusehen. Ich hoffe, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wiederzusehen.